Herzlich willkommen zu einem neuen Reaktion wieder hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den Reveal Trailer von Atomfall an. Auch hier wieder vom Xbox Games Showcase 2024 vom Summer Gamefest. So glaube ich ein bisschen so in Richtung Fallout gehen mit Weltuntergangsstimmung. Atomfall sagt es eigentlich schon. Mal schauen was uns hier erwartet. Es sah zumindest wieder auch hier ziemlich nice aus. Rebellion. Ziemlich farbenfroh. Hat er die Waffe falsch gehalten? Okay nee. Es sah nur so aus, weil das Magazin hier oben ist. Aber das gehört dazu. Was ist das? Es ist nicht in Erinnerung, sondern in Erinnerung. Was ist das? Was ist das? Wir sind in der Zeit. Passt das alles zusammen? Alte Waffen, dann plötzlich Roboter. Was bin ich sehend? WTF? Atomfall, coming 2025. Also, Grafik nice. Visual was nice. Aber was war das gerade? Irgendwie Waffen aus dem Krieg? Krieg, früheren Krieg. Soldaten aus dem früheren Krieg. Und plötzlich Roboter. Pfeil und Bogen. Burgen. What the hell? Es sah ziemlich nice aus. Ich muss schauen, ob man das Spiel nun endlich wishlisten kann. Weil beim Summer Game Fest war das noch nicht möglich. Aber auch das kommt auf jeden Fall bei mir auf die Wishlist. Ja, sieht crazy gut aus würde ich sagen. Könnte vielleicht ein neues Fallout werden, wer weiss. Mal schauen, ich bin gespannt. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Aus bezüphers. Untertitelung des ZDF, 2020